ja meine läuft warte position 1 ok 3 2 1 los moin leute und da sind wir wieder zurück bei battlefield 1 multiplayer mit dem mario hallo battlefield und endlich jetzt mit obs studio mit dem guten pc und grafikeinstellungen auch wenn der drecksacken am anfang auf niedrig gestellt hat aber mit hoch läuft es trotzdem 60 fps und obs mag direct x12 nicht aber festgestellt also zumindest bei battlefield nicht aber bei mir wird spiel noch geladen bei dir bei mir steht noch warteposition 1 also ich bin jetzt tatsächlich drin gibt es für den spaß eigentlich eine premium mitgliedschaft auch nicht mehr habe ich jetzt zumindest keine gefunden weil sonst gab es ja meine premium edition ich habe keine gefunden also ich bin jetzt theoretisch drin also ich habe noch warteposition 1 muss ich mal auf dem server gucken ist denn platz ne ist auch gar kein ist auch gar kein platz mehr ja da fliegt gleich einer ich bin ja in der warteschlange da fliegt gleich einer ne machen wir anders dann gehe ich aber raus dann nehme man neu moin leute und willkommen zurück zum battlefield online multiplayer mit mario hallo folge zu versuch nummer zwei hallo nummer zwei warum werdet ihr im outtake finden genau findet ihr im outtake schneiden wir euch am anfang so ein stück ein bisschen rein ist ganz lustig aber jetzt ist auch spiel wird geladen jetzt jetzt wird spiel auch geladen ja das ist schön jetzt auch mit hohen einstellungen OBS studio ja oh neue karte attackiere und verteidige telegrafen ganze sieben prozent ist meine cpu ausgelastet im ladebildschirm wow ladebildschirm 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 ich habe cappuccino du hast cappuccino ich habe monster energy lecker ich habe kiba liquid oh ich finde ich bin drin spiel wird geladen er hat diesmal nicht warte position sein diesmal ich bin auch drin meine maus hat die farbe geändert heißt ich bin drin sporen wir auf a ja mal gucken wir haben sogar einen eigenen squad und echt wir sind im gleichen team ja du musst auf beitreten unten da klicken dann ja wo hast du denn gesehen dass wir im gleichen squad sind ach so weil du war ja und dann bist du ja grün genau dann bist du ja ja ich sehe es gerade ja klar sind wir im gleichen squad wir sind ja auch in der party du idiot ja oder in das andere team ist wesentlich in der unterzahl normal wirst du da gebalanced ja aber nicht wenn du nicht wenn du in einer party bist der balancen dann wohl andere haben sie drei weniger jetzt jetzt füllt sich jetzt ja klar guck mal jetzt kommen sie doch als squad leader müsstest dann vielleicht zumachen das ding noch dass wir einen privatspot haben wie mach ich das denn ich glaub erstmal sobald wir einmal beigetreten haben oder so und startet bis wir müssen erst genügend spieler haben ja dann startet die runde ja 19 sekunden ich kann es kaum noch abwarten ich kann es auch kaum noch abwarten wir sind verteidiger übrigens ich habe geile ahnung ich weiß doch nicht wie man den chat hier öffnet wer braucht denn für den chat ja sonst würde ich mal reinschreiben hello youtube oh guck mal das spiel startet oh guck mal hab ich ne nette wumme wo bist du denn äh weiß ich nicht so jetzt kannst du auf escape ja dann unter ich glaub trupps ist das ja genau trupps und dann kannst du da das schlösschen für privaten machen escape trupps dann kannst du da neben neben den zwei von fünf kannst du das schlösschen machen privat ja habe ich jetzt ein schlösschen habe ich jetzt koordinaten des feindes wurden anrufen ist gut ich glaube ich raus wo bist du denn jetzt äh in gar keinem mehr äh warte mal ich erstelle mal einen so ich bin jetzt mit der bertha ja also ach guck mal hier gibt es einen knopf privater trupp so er sind privater trupp ich bin jetzt drin ich auch aber ich bin woanders als du ja ist ja egal aber wir sind im selben team ja wir sind im selben team und im selben squad schützengraben oh 10 prozent cpu auslastung bei aufnahme und hohen einstellen äh ich sollte auch mal mein hut wieder einschalten oder ja vielleicht und 56 fps bei einer 780 m finde ich das nicht schlecht ganz ehrlich wo schalte ich denn jetzt mein hut wieder ein das geht unter äh optionen ja gameplay und dann ganz oben hd ja koordinaten des feindes wurden an unsere art ja schön jetzt haben wir auch wieder eine hat ich dachte gerade moment irgendwas fehlt mir hier gerade ja freunde oh oh ich vergifte mich gerade hier freunde äh ich habe jetzt auch wieder ein hud ja 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 aha ich habe eine wiederbelebt uuuu ok werter an einsatz ziel werter an einsatz ziel werter zünden der feind hat einen sprengsatz an einsatz zünden ich bin allzeit bereit und ich bin tot hm ja einsatz ziel albert die sprengen gerade beide einsatz zielen in die luft die direkt weg ja das äh ach du schande jetzt muss ich an diesem haupt spawnpunkt wir haben einsatz ziel albert entschärft ja ha da ist er ja da maio wuuu steck dir in der kranache oh oh nein der hat mich abgestockt scheiße warum hast du denn nichts gesagt ich habe den doch auch nicht gesehen ich habe den doch auch nicht gesehen ich habe den belebt dich wieder ach nee du bist tot ja kannst du mich wieder beleben nee hast du schon leert hast du er gerückt nee aber ich kann bei dir spawnen wir haben einsatz ziel bertha verloren ach komm echt jetzt oh nein du bist tot ich muss ich muss wechs Waffe wechseln ist das nicht wahr ey wir haben einsatz ziel b schon verloren ja ich merke das gerade ich glaube wir werden die Wunder ordentlich verkacken ist egal wir spielen ja ja aber ich finde rush mal ganz nett eigentlich so rush ist immer ein bisschen so wir haben beide einsatz zielen ha 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 ja wir verteidigen ja wir ziehen uns zurück 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 oh cool der hat einen Mörser der Typ Mörser Mörser ich muss mir mal das Mikro ein bisschen näher ran ziehen so hallo 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 ja hallo da ist der Maio da ist der Maio ist der Maio noch ein Stückchen lauter braucht jemand der erste Hilfe der Feind rückt vor oh guck mal ich hab hier Telegram Telegram abgesendet ach so wie hast du denn das gemacht ach so wie hast du denn das gemacht hä oh wo war das hier war so ein Ding und dann da konntest du dann eh drücken und dann macht der und dann sendet der so ein Teil ab wir werden dessen wirklich getötet aber egal ich hab die Koordinaten übermittelt oh cool der Artillerie übermittelt NEIN NEIN man kann ja nur an dem Haupt spawnen äh spawnen ne du kannst doch bei bei A oder B spawnen glaub ich na ne noch nicht weiß ich nicht boah der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatz Ziel Bertha platzieren aber ich hab ne man kann nur beim Haupt spawnen spawnen mhm deswegen spawn ich jetzt bei dir haha GIFTGAS wir dort Sprengsatz an Einsatz Ziel Bertha ach guck mal wir haben den Sprengsatz hinterherz der dreht beim Mario bei oh 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 lebt noch so lange dass ich bei dir beitreten kann sehr schön das ist jetzt schon wieder so gefährlich NEIN Alter ich seh die nicht da... aber Gott hört erst mal zu Trinken und der Mario ist einfach wieso schlacht s main NOT NAIST N industry Nein. Aua. Das darf doch weh. Da sieht's nur noch um die Ecke. Junge, jetzt komme ich mit anderer Waffe hier. Wird komisch mit anderen Waffen. er hat einen flammenwerfer der dreck sagt wie ist das denn versucht die gar hier irgendwie von hinten ein bisschen zu holen ja du läufst ja wieder mitten rein von hinten julian vorsicht ich glaube ich gehe mal waffen shoppen ich meine formaldeite ich bin gestorben ich hab waffen geschobt ich hab waffen geschobt du hast waffen geschobt du kannst dir waffen leisten ja kann ich oh oh gibt gas ach komm ey wie schnell ich umfalle der feind wird von unserer artillerie aufgehalten rückzug und die braucht nur noch zwei einsatzteedern haben die gewonnen so und was ich jetzt auch besitze mörser flammenschützen kit wo da hinten ich hab waffen schon einfach den flammenschützendrucks gefunden der hat mir nämlich einen hinweg gebrannt koordinaten des feindes wurden an unserer artillerie übermittelt wenn ich jetzt das flammenschützen kit aber ich glaub irgend anderer hat da kommt ihr feindes mal ruhig alle weg alle wie komm ich denn aus dem mörser wieder raus nochmal eh drücken mörser angriff hat einen sprengsatz an einsatz ziel albert platziert mörser auf A du müsst auf B gucken bei B ist einer ja da bin ich grad erschossen worden ja cool ok der hat einen sprengsatz an einsatz ziel albert platziert jaaa so es läutet es bimmelt bim bim aber wie der Hesse oder Sachse sagen würde es bimmelt ach komm komm nein schlag mich doch nicht nieder warum machst du das denn warum tust du das Aua und Aua mit so einem Nagelknüppel ey mit so einem Muschi Totschläger oh darf ich ja gar nichts sagen ey das ist ein spiel ab 18 natürlich darfst du dann sagen wir laufen in die falsche Richtung ihr Deppen ja weil die schon wieder zwei gute zerstört haben ach wie kommst du denn da rauf ich weiß nicht wie wir auf das schmalte Brett kommen hier also ich weiß nicht was der Flammenwerfertyp hier gemacht hat aber das sieht irgendwie nicht gesund aus weißt du meinst das ganze Feuer hier ja ach das muss man ach das muss man ach das ist Brandroden ach joo Brandroden nennt man das jaaa und wenn da jetzt so wie Hoden nur mit R ja ja ich wollt grad fragen und wenn da jetzt so ein Typ drin hockt hat der dann Brandroden ja genau halt der dann was zur Hölle wie so wie erschossen ist der der Hammer oh damit könnte ich was erreichen Mörserangriff 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 Gnadenlos Gnadenlos oh oh war meine glaub ich hab grad den hey der ist doch nicht von uns ich dachte der ist von uns ooohh man io ja ich glaub wir gehen unter ist ja nichts neues ja ja ist ja nichts neues vielleicht bin ich mit dem snipper ein bisschen besser das hat ja schon mal funktioniert der ist wieder links im unterstand julian es kann doch nicht wahr sein also langsam glaube ich also nur langsam habe ich es ist Nein, jetzt erstickt doch. Erstickt da drin jetzt. Erstickt. Ja, das verreckt die Drecksau. Entschuldigung. Stimmt, du Drecksau. Entschuldigung, aber das war jetzt einfach nötig jetzt.